Ja, wir vergessen sie nicht, die vielen Keyboarder, die immer noch ein Yamaha Tyros Modell spielen. Für sie ist dieses Video gedacht. Und um welches Thema soll es diesmal gehen? Was aus meiner heutigen Sicht der optimale Speicherort für Keyboard-Dateien ist. Und wie man sich schützen kann, dass selbstgemachte Registrierungen die verlinkten Dateien auch auf einem anderen Keyboard noch finden. Wenn man sich viele Jahre intensiv mit etwas beschäftigt, bleibt es nicht aus, dass man dazu lernt. Und dass man dann auch mal eine Vorgehensweise überdenkt und ändert. Zumindest sollte das so sein. Mit der neuen Genos und PSR-SX Keyboard-Generation bin ich eine wichtige Erfahrung reicher geworden. Früher habe ich meine persönlichen Dateien ja immer auf der Keyboard-Festplatte gespeichert und dort auch miteinander verlinkt. Inzwischen arbeite ich aber auch an den Tyros Keyboards nur noch mit USB-Stick, trotz Festplatte. Und verwende auch da unsere Sound Wonderland Ordner-Hierarchie, die vielleicht mancher bereits vom Genos und den PSR-SX Modellen kennt. Man sollte grundsätzlich immer nur ein einziges Laufwerk benutzen, wenn man dauerhaft seine Keyboard-Dateien speichern will. Also nicht Festplatte, User-Speicher und USB-Stick. Ich wette, das endet sonst im Chaos. Vermutlich haben Sie als Tyros-Spieler-Seite alle Ihre Keyboard-Dateien auf der Festplatte gespeichert. Sehen wir uns das doch mal genauer an. Sagen wir mal, Sie haben Registrierungen hergestellt. Und weil Sie gerne songbezogene Styles verwenden, haben Sie welche gekauft und ebenfalls auf der Keyboard-Festplatte abgespeichert. Damit Sie die Styles nicht jedes Mal von Hand aufrufen müssen, haben Sie sie mit Registrierungen verlinkt. Also über das Style-Memory-Häkchen. Und jetzt wollen Sie ausprobieren, wie sich Ihre Registrierungen auf einem neuen Keyboard-Modell im Musikhaus anhören. Oder Sie wollen einfach mal wieder Ihren Keyboard-Freund besuchen, dafür aber nicht extra Ihr Keyboard mitnehmen. Ganz einfach, denken Sie und kopieren sich zu Hause Ihre Registrierungen und Styles auf einen USB-Stick. Und beim Keyboard Ihres Freundes oder im Musikhaus wundern Sie sich dann, warum die Registrierungen keine Styles aufrufen. Ganz einfach, die Registrierungen haben Heimweh. Nee, die zeigen nämlich immer noch auf die Styles, die Sie in Ihrem eigenen Keyboard zu Hause auf der Festplatte abgespeichert haben. Denn um die Styles auf dem mitgenommenen USB-Stick zu finden, hätten Sie Ihre Registrierungen damit verknüpfen müssen. Es gibt einen fleißigen Menschen, dem ich an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Danke sagen will. Ich spreche von Morai Best, der mit seinem Registration-Manager ein Tool geschaffen hat, mit dem man seine Registrierungen auf einen Schwung umverlinken kann. So dass Sie beispielsweise nicht mehr auf die Keyboard-Festplatte, sondern auf den USB-Stick zeigen. Also genau das, was wir jetzt brauchen, damit die Registrierungen dies teils auf dem Stick wieder finden. Morai hat bislang unglaublich viel Zeit investiert, um uns allen das Leben leichter zu machen. Kostenlos und ganz oft auch ohne ein Danke von denjenigen, die sein Programm benutzen. Und ich finde, das ist das Mindeste, was wir ihm geben können. Ein Danke, Morai. Okay, kommen wir wieder auf den USB-Stick zurück. Wenn man ihn zur Dauerspeicherung benutzt, hat man noch weitere Vorteile. Eine Datensicherung ist ruckzuck am Rechner gemacht. Denn man braucht dort ja nur seinen USB-Stick einzustecken und ihn 1 zu 1 zu kopieren. Eine Sicherheitskopie auf einen zweiten Stick am Rechner zu machen, ist auch ganz einfach möglich. Und wenn man sich neue Software kauft, steckt man einfach den Stick an den Rechner und kopiert die neue Software drauf. Aber egal, wo Sie seither Ihre Keyword-Dateien gespeichert haben, wichtig ist, dass Sie eine klare Ordnerstruktur verwenden, die die Dateiarten in Ordnern trennt. Also MIDI-Files, Styles, Registrierungen, Multipads und so weiter. Ja, 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 da ist es schon wieder mein Lieblingsthema, ich weiß. Für unsere Sound-Wonderland-Software habe ich dafür extra eine kleine Ordner-Hierarchie hergestellt. Und wenn mir die Kundschaft keinen Strich durch die Rechnung macht, schaffe ich es nun auch am Keyboard der Anwender, funktionierende Verlinkungen herzustellen. Das geht allerdings nur, wenn Sie den Sound-Wonderland-Hauptordner auf die unterste Ebene Ihres USB-Sticks kopieren und die Unterordner darin nie umbenennen oder verschieben. Wenn Sie in unserem Shop mal wieder einkaufen, müssen Sie die Dateien dann nur noch in die bereits vorbereiteten Ordner kopieren. Und damit funktionieren dann auch automatisch die Verlinkungen. Das ist ähnlich, wie wenn Sie nach einem Einkauf im Supermarkt daheim die Lebensmittel in den Schrank oder in den Kühlschrank räumen. Ab und zu ergänze ich unsere Ordner-Hierarchie mit neuen Unterordnern. Sie werden das dann schon merken, dass Sie mal wieder die aktuellste Version runterladen sollten, denn dann fehlen Ihnen Unterordner, die für neue Produkte in der Zwischenzeit dazukamen. Okay, abschließend noch eine Einschränkung. Wo Ihnen der USB-Stick auf dem Fremd-Keyboard nämlich nichts hilft. Expansion Voices, die ja neues Sample-Material ins Keyboard bringen, die sind fest mit dem Keyboard verdrahtet. Die kann man also nicht auf dem Stick mitnehmen. Wenn man also viel mit Expansion Voices musiziert, dann legt man sich vielleicht besser eine Keyboard-Tasche zu, als einen USB-Stick. Denn dann ist es besser, das ganze Keyboard mitzunehmen. Obwohl, der USB-Stick wäre billiger, in den meisten Fällen reicht einer für 4-5 Euro. Okay, soweit mein heutiger Quick-Tipp. Wer Fragen hat, unter dem Video oder auf meinem Facebook-Kanal, antworte ich wie immer gerne darauf. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hi there. You should know, we have not forgotten keyboard players who are playing a Yamaha Tyros keyboard. And this is who the video is made for. If you're a Tyros player, this video is for you. Ah, Tyros. And what topic, please? First, the best place to store your keyboard files, from what we know today. And how to make sure that your own registrations link to the right sources, even if used on a different keyboard than yours. If someone is working with this technology day in and out, like Hydroon, you build up experience, you learn new things, and adopt to what you had already learned. This, at least, is the theory. In Hydroon's case, she has learned some important insights since using the new Genos and PSRSX keyboards. Earlier, her preference was to store files on the keyboard's hard drive, and to also link these to each other on that same drive. But today, Hydroon prefers to store and link files on Tyros keyboards using a USB stick, despite the fact that she has plenty of hard disk space available. She also uses consistently her Sound Wonderland folder hierarchy, which you may already be familiar with on your Genos and PSRSX keyboards. One thing is for sure. If you want to store your keyboard files reliably, you will want to only use one storage device. Which means, if you use the hard disk, user flash, and USB stick at the same time, you will with no doubt end up having troubles. And end up in the doghouse. Like almost every Tyros user, we bet you store your keyboard files on the hard disk? Now, let's take a closer look at that. Say you have put together a bunch of your own registrations. And, because you like to use song-related styles, you may even have purchased some, and stored them on your keyboard's hard disk too. To avoid having to manually call styles, you would link your song styles to your registrations, by setting a memory checkmark next to style of course. Okay, having done all of that, you wanted to try out a new keyboard model at your local music store. Or, you wanted to pay a visit to a music friend of yours, who has the same keyboard. Great, you can leave your keyboard at home. I can do that, it's simple, you think. All I have to do is to copy my registrations and styles to a USB stick. Well, only to find out, that your racks for some reason don't call any of the styles. It feels like the racks are lost at sea. And the reason for that is because they still point to the styles on your keyboard's hard disk. What you should have done, is to link your racks on the stick to the styles on the stick. There is a very busy and creative fellow we'd like to extend our big thank you. We are talking about Murray Best, with his Registration Manager tool. With just a few clicks, you can relink your racks to the correct locations. Like having them point to your USB stick instead of the hard disk on your keyboard. Which is exactly what we need to resolve the problem just mentioned. Murray spent a significant amount of time to make our lives easier. All for free, and often without a single thank you from people who use this program. So the least we can do, is to use this opportunity and say thank you Murray. Ok, now back to our USB stick topic. Using a USB stick has another advantage. Making a backup copy is very easy. All you have to do, is to make a one-to-one copy of it on your computer, and you're done. And how about making a second copy, just in case? How easy is that? Whenever you buy new software, just insert the USB stick on your computer, and copy the new files to your stick. Well, regardless of where you had stored your keyboard files in the past, the most important thing is that you have a well-organized folder structure, where you can park your files. Meaning, folders for MIDI files, styles, registrations, multipads, and so on. I wonder if Hydroon is preaching to the converted. For her Sound Wonderland software, she has put together a dedicated folder hierarchy. And for as long as her customers use that particular hierarchy, she can make sure that the links work to the T for you. And that means on both, your USB stick, and the stick's copy on your computer. Just make sure that the Sound Wonderland folder is at the very top of your USB stick. And also make sure that you never rename or move any of the Sound Wonderland subfolders. Whenever you purchase new material at the Sound Wonderland shop, all you have to do is to copy the new files to the folders that are already there for you. That way, you can be sure that all the links work properly, every time. Like everything else in life, being organized and structured has its advantages. From time to time, Hydroon adds new subfolders to her folder structure. So it's a good idea to update the structure on your USB stick prior to downloading new purchases at Sound Wonderland. Else, you might miss the odd one for your new stuff. Last but not least, if you take your USB stick out to play at your friend's place or in the music store, there is one exception where storing and linking things on your USB stick won't work. And that is Expansion Voices. The reason it doesn't work with Expansion Voices is because they incorporate new sound samples that are superglued to the expansion memory of your keyboard. And at this time, there is no proper way to put them on a USB stick as well. So if Expansion Voices is your thing, and you use them all the time, then you're better off buying a keyboard bag instead of a USB stick. I guess for this particular case, you can't avoid packing your gear. Okay, that was today's quick tip from Hydroon's workbench. If you have questions, just place them as comments below the video, or talk to Hydroon on her Facebook page. She's always all-ear. Until next time, tschüss!